Vielleicht wisst ihr ja noch gar nicht, was ihr wirklich wollt vom Leben, aber das hat jetzt hier gar nichts zu suchen. Liebt ihr euch überhaupt? Ist das nicht gerade verkaufsfördernd, aber ich würde mir gerne mal wissen, ob es wirklich läuft bei euch. Habt ihr noch Sex miteinander oder es ist nur noch die Ehe nach außen, um Mama und Papa glücklich zu machen? Seid ehrlich mit mir, dann finden wir auch einen anderen Weg, das Geld auszugeben. Scheiße. Ja, komm, wir müssen ein bisschen Lockerheit reinkriegen, genau. Und jetzt stell dir vor, du bist schon einen großen Schritt weiter, denn du hast deinen Traumre... Trauerre... Oh Gott, jetzt ist es vorprogrammiert, dass es nichts wird. Ey, Luke, wer hat sich diesen Satz ausgedacht, der ist ja viel zu lang. Du warst es vor allem... Wo ist denn hier dieser Teleprompter? Das ist ja noch Uni der Wahrhaftige. Wahrhaftig, wahrhaftig. Super. Das ist super. Soll ich das auch in bayerisch machen? Ja, das wäre super. Ah ja, und es geht jetzt schon ins hessische? Ich konnte eher auch sechsisch, wir können noch die freie Trauung, aber die sagen eher nu, ne? Dann antworte mit nu, ich will. Das ist ja eigentlich keine. Wir haben alle Dialekte durch, jetzt sind wir schon beim Klaus schon angekommen. Na gut, was willst du machen? Was willst du machen? Und falsch denkst du jetzt, was ist das für eine Knalltüte, der da redet? Aber was soll das eigentlich? Was soll das alles? Buch mich, Buch mich. Da gibt es 1% Rabatt. Ich habe schon die Trauungen auf Englisch und auf Deutsch und auf Türkisch gemacht. Spaß, Romantik und Authentizität, alles in einem. Hey ihr zwei, mein Name ist Uli und mit meiner lockeren und humorvollen Art ermögliche ich Brautpaaren ihre freie Trauung mit der richtigen Mischung aus Humor, Authentizität und Romantik zu verwirklichen, damit sie ihre Liebesgeschichte erneut erleben können. Reicht jetzt aus, weil jetzt besser wird. Reicht jetzt aus, weil jetzt besser wird.